Moin Moin! Willkommen zurück zur Weiterrunde von Kakarot. Halst und Gohan gehen wir jetzt zu Piccolo. 2 Jeans stehen vor der Tür. Pflanzenmänner am Start. Ich werde hier am Schluss schon tot. Holy Shit! Die sind echt nervig. Miriam Schuhe lebt noch. Er kann hier keine mehr mehr machen. Ist das nervig, wenn so viele kommen. Ich muss erstmal einen ausschalten. Schon besser. Kommt ja auch nicht dazu sich aufzuladen. Holy Shit! Wacke, Felix. Sie haben Schuhe. Die Pflanzenmänner sind gar nicht ohne. Von Gohan ist doch ganz schön schwach. Der letzte. Das können wir uns nicht mal aufladen. Drücke Geh. Wenn deine Unterstöße... Ein Unterstößer so hat er einen Partnerangriff. Okay. Wir machen Geh. Wir haben Schuhe. Leg los. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber das war ein brutaler Kampf, ey. Drei solche Pflanzenmänner... Die waren übelst nervig. Okay. Auf geht's gegen Nappa. Ich habe ganz schön an Energie eingebüßt. Aber es ist zum Glück nur Nappa. Wie soll ich das erklären? Wie soll ich das mit Quarren fallen? Kredin! Sonne Attacke! Nein! Hat auch noch sein Tunnel verkackt. Voller Power! Ich krieg Knappe auf die Fresse! Jawoll! Ab durch die Felsen. Nochmal. Hat mich abgewehrt. Nochmal so ein Faust. Fico-Canone. Jawohl, Kredi hat mir geholfen. Oh, die legen sich los. Jawohl. Oh, oh. Ich kann nur noch abwärmen. Ich komme nicht mehr raus. Ach du Scheiße. Fico-Canone. Jawohl. Triple Angriff. Los. Das hat gesessen. Frechheit, dass er sowas kann. Okay, viel Leben habe ich nicht mehr übrig. Aber er auch nicht. Aber der Kredi hat ihn verblatt gemacht. Oh, nun. Ah, Kacke. Gegen Nappa auf jeden Fall. Das ist viel Leben über mir. Piccolo, Hülspirale. Oh, verpackt. Mit Ihren Schlag. Nappa, mach ich fertig. Weg. 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 Bisschen auf Abstand gehen. Kredi kann ruhig auch ein bisschen machen. Oh, oh. Jetzt hat er sich aufgeladen. Bisschen auf Abstand bleiben. Weg. 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 gebrochen. Aufs Maul. Jawoll. Jetzt lade ich mich noch ein bisschen auf. Piccolo macht es fertig. Ganz schön wieder aufgeladen. Oh, schnell weg. Mach diesen Megascheiß. Triple Angriff. Stürb, Nabar. Los, Berlin. Fließkamera. Wir haben einfach weg. Volle Power. Oh, oh. Ausgelöst. Der war gar nicht schlecht. Knapper. Aber mit Kredien. Da wird das was. Kredien weiß, wie es läuft. Oh, einmal. Ah, kack. Ab geht's. Mr. Popo. Jawoll. Mr. Popo gehört zu Gott. Das Community Anführer sogar. Jetzt geht's los. Nappa wird nochmal verkloppt. Amgegen so hat er keine Chance. Ich habe keine Verbündeten. Dafür war er verprügelt. Ich bin treibend über ihm. Ich sollte leichter Kampfe haben. Ja, kackt mega auf die Fresse. Wenn ich mich jetzt nur auflade. Volle Power. Dann kriegt Nabar aufs Maul. Scheiße. Ich habe geblockt, was ich konnte. Das ist für Piccolo. Steine Papier. Schnapper tot. Wir geht da noch kalt. Kajoken. Oh, das gibt ihm richtig aufs Maul. das zieht übelst hier ab wir müssen erstmal ein bisschen aufladen vergleichsweise jetzt bringt es 1000 mal mehr wenn ich mich verwandelt habe aber es hat mich schon viel leben gekostet gar nicht strahlt was ich glaube ich ausweichen kann nein kann ich nicht aber blocken kaioken ist auf die fresse weg geht da kaioken zieht übelst viel energie wir müssen uns zurück verwandeln sonst beiß ich jetzt krass blocken wir können uns auch so aufladen da kann ich mir auch so auf die fresse geben ab durch die scheine ok er hat noch zwei beiden also anderthalb und ich habe nur noch einen die 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 Nö. Jetzt gibt's auf die Fresse. Okay, er hat nur noch Mini-Leben. Ich aber auch. Die Markgruber. Oh, meine Abwehr wird es nicht lange halten. Ich muss ausweichen, so gut ich kann. Ich brauche meinen Block für das. Das hat mich kräftliche Energie gekostet, das zu blocken. Jetzt mach ich ihn kalt. Aber es war ganz schön knapp, ich hab noch Mini-Leben. Ja, es hat ganz schön gesessen. Trotzdem S. Ach du Scheiße, war das fett. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Mit Blocken erstmal. Okay, ich hab's ganz gut abgehalten. Hier macht so einen Mega-Jump. Aber nicht auf mich. Bin zu weit weg. Dann muss ich noch ein bisschen Tankkampf benutzen. Wenn ich jetzt Kredino oder so hätte. Ja, das ist gar nicht schlecht. Da könnte ich mit angreifen. Ja, der macht das überhaupt nicht so aus. Jetzt kann ich ihn kloppen. Jawoll. Uh, Kredin kann Destructor-Disc. Sehr geil. Sonnenfaust ist stark, na. Aber nehm Destructor-Disc rein. Können auch so ein Gohan-Sachen beibringen. Indem ich hier ein paar Level-Punkte reinstecke. Maseko Stufe 2. Maseko Stufe 3. Okay, wir sind vorhin gegen Vegeta. Okay, da ist nicht so viel getroffen, aber es hat schon mal viel Schaden gemacht. Abgewährt. Meteor Hammerschlag. Okay, da ist schon fast down. Maseko, tot. Das hat gesessen. Puh. Die Kämpfe sind nicht ohne. Und wieder zu Hause. Will ein neues Rezept kochen? Soll ich kaufen? Mach ich. Nicht vergessen. Essen in Kakarot ist Essen alles. Komplettmenüs sind Spezialgerichte, die die besten Essenseffekte bewirken. Um ein Komplettmenü zuzubereiten, brauchst du Zutaten und Rezepte. Komplettmenüs erfordern mehr Einsatz als einzelne Gerichte, bieten aber auch mehr Boni- und Essenseffekte. Kann nur Chi-Chi zubereiten. So, Unterbrechung sind freie Zeit zwischen Sargas und Haupt-Story. Kann sich seit Nutzen, Gegenstände zu sammeln, trainieren, Mini-Nebenquests und so weiter. Und genau so werde ich es auch machen. Das nehme ich gern mit. Haben wir also freie Zeit. Kann ich also sammeln, trainieren und so weiter. Der Kampf gegen die Sargings war erstmal genug. Das war es für heute mit Kakarot. Lasst gern ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Guckt doch beim letzten Video vorbei. Bis dahin, entspannt Tag. Machst du bis zum nächsten Mal. Ciao.